Hallo und willkommen zurück zum nächsten Teil von Larry Leffer, Teil 1. So, wir gehen jetzt in die Kneipe und werden endlich das tun, was wir die ganze Zeit schon tun wollten. Oh yeah. Okay, so, dann gehen wir jetzt hier nach rechts. Wir knocken an die Tür. Ja, wie ist das Passwort? Das wissen wir natürlich. Wir können rein und endlich, endlich. Der Typ ist beschäftigt. Oh, wie super, wie super. Oh, wir müssen echt wieder mal das Spray benutzen. Können wir das vielleicht einfach benutzen, indem ich das... Ne, use spray. Ne, nein, nicht das. Ah, so, das. Ah, Pfefferminz. Ah, ich mag gar nichts bei mir lieber. Aber naja, Pfefferminz muss man nicht mal so gut riechen. So, äh, Moment, Treppe hoch. Ah ja, das alte, das altbekannte Problem. Nach oben. Und hier liegt sie auch schon, die Schönheit. Hey, wie ist dein Name, Süße? Wir kriegen keine Antwort. Hallo? Okay, ich glaube, es ist nun mal so, wie es ist. Ähm, wir machen jetzt eins. Put on condom. Ach, ne. Strip. Zack. You're not close enough. Okay, dann gehen wir ein bisschen näher hin. Also dann, wir heben uns jetzt aus. Strip. Zack. Zack. Oh, yeah. Put on condom. Aha, das ist die perfekte Zeit dafür. Und jetzt. Haha, auf das, wir haben so lange jetzt drauf gewartet. Und jetzt endlich. Haha. Ah, juhu. Zipp, zipp, zipp. Äh, zipp, zipp. Äh? Zipp, 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 zipp. Zipp, zipp. Ah, ich finde das super, wie die das gemacht haben. Die Idee ist so klasse, oder? Aber ich lasse euch den Moment genießen. Es ist... Hm. Oh. Oh. Doch, wenn du erfolgreich warst, fühlst du dich irgendwie, ähm, nicht so toll. Technisch gesehen bist du natürlich jetzt keine Jungfrau mehr, aber irgendwie war das jetzt doch nicht so toll, wie du dir das immer gedacht hast. Naja. Also wirst du wohl deine, ähm, äh, Quest ein bisschen erweitern müssen und, ähm, tja, äh, ja, soweit, dass auch dein Herz damit glücklich ist. Gott sei Dank hast du das Kondom angehabt. Tja. Guck mal, sie raucht das, Babe. Yeah. Oh, oh, wie süß. Äh, nee, warte mal, wir, ähm, der Take-off Kondom, das wäre jetzt nicht so toll, wenn wir damit durch die Stadt laufen würden. Warte mal, nee, ähm, wie mache ich denn das? Wie schreibe ich denn das? Äh. Wie schreibe ich denn das? Ah, natürlich. Ähm, so, zack. Ja, natürlich, wir, wir disposen es properly. Schmeißen es auf den Boden und treten es vorsichtig unter das Bett. Und jetzt verlassen wir natürlich auch diese, diese Höhle, diese, die Höhle der Lust durch dieses wunderschöne Fenster hier. So, durch das Fenster. Climb out. Zack. Bunk. Au. Das Fenster ist leider noch zu. Open window. Hoppa. Zack. Jetzt aber. Climb. Nee, nicht Climb. Oh. Und jetzt raus mit uns. Zack. Draußen sind wir. Was steht denn nicht da drüben? Hm. Ich glaube, da haben wir noch gar keinen, äh, ich erinnere mich gerade, ähm, nee, das, da müssen wir dann wohl später nochmal hin. Dann würde ich sagen, äh, Oh. Autsch. Was war denn das gerade, bitte? Juck. Ein Ding voller Müll. Fantastisch. Äh, so, warte mal, wir, äh, wir schauen uns ja erstmal hier um. Look bin. Äh, ganz, ganz tolle Sachen von Lefties, äh, äh, von den ganzen Kunden von Lefties und natürlich, ganz, ganz wichtig, Lefties alter linkshändische Hammer. Ein Linkshänderhammer, den nehmen wir natürlich. Take Hammer. Okay. Und dann, äh, verlassen wir mal dieses Müllding, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht so ein wunderschöner Ort. Äh, ja, äh, so, äh, leave, äh, bin. So, genau. Leave bin, zack, klebe die Klappe raus. Was für eine schöne, dunkle, Gasse das hier doch ist, oder? Die ist doch wirklich, oh, ein Postkartenmotiv, um es mal so zu sagen. Ein Postkartenmotiv. So, okay, dann würde ich sagen, haben wir das jetzt erledigt. Äh, zuallererst muss ich aber noch was anderes erledigen, und zwar erstmal speichern. Äh, sollten wir jetzt, hätten wir das Kondom nicht angehabt, dann würden wir jetzt irgendwann demnächst sterben, ähm, an einer ganz, ganz schlimmen Krankheit. Oder, ähm, wenn wir es immer noch anhörten, würden, würden wir von der Polizei wegen, äh, tja, wegen aller möglichen Sachen verhaftet werden. So. Wir speichern erstmal wieder. Das muss nämlich sein. Ganz, 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 ganz wichtig. Äh, so. Gespeichert. Moment, jetzt eine Sekunde nochmal. Warte mal, warte mal. Eine Sekunde, bitte. So, weiter geht's. Äh, ich musste gerade was machen, und das habe ich jetzt gemacht. Also, weiter geht's. So, der Hund kommt schon wieder. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Du bleibst hier nicht. Wir rufen ein Taxi. Und wie ihr wisst, ist Las Vegas eine Sündenmeile. Wir sind nämlich in Las Vegas. Hatte ich das nicht schon mal gesagt? Äh, okay. Also, wir sind in Las Vegas. Und was gibt's in Las Vegas? Casino. Casinen. Casinifonien. Hoffentlich ist der Hund jetzt überfahren worden. Nein, ist er nicht. Enter. Ah, nein. So, jetzt. Zack, wir sind drin. Weiter geht's. Und jetzt, wo gehen wir hin? Ja, wo geht's hin? Casino. Casino. Nein, nicht Casino. Casino. Ja, you're good at Mac. Na gut. Und dann würde ich sagen, auf zum Casino. Auf die größten nächsten Abenteuer. Äh, ja. Abenteuer im Casino. So, was sind wir da? Äh, jetzt entscheidet es, dass wir an... 14 Dollar. Das kostet irgendwie alles. Hat das nicht das letzte Mal auch 14 Dollar gekostet? Äh. So, tschüss. Wir gehen raus aus dem Taxi. Das stinkt übrigens in dem Taxi. Ich weiß gar nicht, wieso. Es ist allgemein in der Gegend. Las Vegas, Los Angeles, also auch in Bel Air. Was ist denn das für einer? Ach, guck mal hier. Äh. Ah, okay, ich kaufe einen Apple. Äh, den nehme ich doch direkt. Äh. Ja. Er hat sich gefreut und jetzt geht er. Der verkauft halt Äpfel. Der hat halt alles verloren und verkauft jetzt Äpfel. Hm, okay. Ist natürlich auch irgendwie nett, ne? Ich meine, mal gucken wir mal, was hier ist. Ob hier auch nur die dunkle Gasse ist. Ah! Überall ist nur die dunkle Gasse mit dem Typen, mit dem Troll, mit dem mörderischen Troll. So, aber der mörderische Troll, Gott, da kriegt man ja, da kriegt man ja, ähm, Anfälle, wenn man sich hier dieses Schild über längere Zeit anschaut. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wir gehen lieber schnell rein. So. So, was ist denn hier los? Oh, guck mal, ein richtig schön, oh, ein schönes Casino, was hier alles los ist. Was ist hier? Aha, hier rechts sind Slotautomaten und hier links ist Blackjack. Slot, ah, Juhu, da hat jemand gewonnen. Wir gucken noch mal ein bisschen hier weiter, was es hier hinten gibt. Was ist das? So, oh, oh, Kabarett ist da hinten. Ach, wie schön. Hier ist ein Aschenbecher. Gucken wir mal, immer ein Aschenbecher müssen wir prinzipiell immer reingucken. So, gucken wir mal in den Aschenbecher rein. Oh, dann nehmen wir doch mal Tag Card. Okay, was ist das für eine Karte? Was ist das wohl für eine Karte, die wir dort gefunden haben? Wo ist die denn? Sag mal. Ach, da rechts, Disco-Pass. Ein Pass für die Disco. Oh, dann kommen wir jetzt in die Disco rein. Cool. Okay, da hinten ist ein Kabarett. Ein Kabarett und ein Telefon. Gucken wir mal das Telefon an. Lockphone. Okay, also man kann nicht telefonieren. Das ist mit Kaugummi verklebt. Sehr, sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Oh, was ist denn hier los? Hey. Wunderschön. Gucken wir uns, wollen wir uns das jetzt angucken? Nee, oder? Gucken wir mal. Gehen wir doch mal hin und setzen uns irgendwie. Sit. Ach, reserviert. Toll. Hier vielleicht. Reserviert. Toll ist hier auch. Super, überall reserviert oder was? Gehen wir mal hier hin. ist ja super. Und der letzte Tisch auch bestimmt. Aber naja, zumindestens, wir haben es versucht, aber es ist alles reserviert. Naja, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Und, ähm, ja, hier ein Aufzug, aber da wir hier kein Zimmer haben, würde ich sagen, bleiben wir hier erstmal weg. schnips die schnaps, was spielen wir denn jetzt überhaupt? Äh, das erinnert mich gerade irgendwie an Space Quest, aber zumindest wird man hier nicht umgebracht, wenn man, ähm, so, use slot machine. What's a slot machine? Ja, das frage ich mich auch. Äh, äh, play. Okay, wir haben Blackjack Tisch oder slot machine. Wir spielen, was, nochmal ganz, ganz, was hat er gerade gesagt? Ja, wir stehen bei einer slot machine, oder wo, wo stehen wir? Gehen wir mal da vorne hin, vielleicht ist diese ja, dann stellen wir uns so hin, vielleicht können wir jetzt so spielen. Ähm, vielleicht muss man es auseinanderschreiben, ich weiß es ja nicht. Oh, okay. So, was haben wir denn hier? Äh, ach so, ja, was wir halt gewinnen können, okay, äh, um die Dingsbums zu erhöhen, also wir haben 48 Taler, wir werden aber erstmal speichern, das ist, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt hier speichern. Äh, Moment. So, so, was hab ich denn geschrieben? Casino. Casino. Ja, genau. So, okay. Wir haben Dingsbums, was war das noch? F4, F5, F6? Nee. Your bet is you have, äh, nee, nicht F5. Ähm, jetzt hab ich natürlich wieder nicht gelesen, was, ah! Ja, wir müssen nochmal rausgehen, Moment, Entschuldigung. Nein, nicht aus dem Spiel. Spiel. Ähm. So, jetzt haben wir es doch. Genau, das war das, was ich wissen wollte. Also F4, F6 und F8. Gut. F4, nee, F6, F6, wie viel spielen wir? Wie viel können wir maximal gehen? Okay, wir haben 20 Dollar Limit. Okay, dann ziehen wir mal an dem Ding jetzt. Drück die Daumen, drück die Daumen, dass es funktioniert. Bitte, 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 bitte. Und? 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 Oh, wir haben alles verloren. Super. Okay, dann machen wir es nochmal. Wir müssen es nochmal ausprobieren. Ich dachte gerade schon, ich hätte 8000 Dollar. Habe ich 8000 Dollar? Ne, ich habe nur noch 8 Dollar, oder? Das sind einfach nur 3 Nullen. Das wäre jetzt ein bisschen krass, oder? Genau, die Wette, also das Ding geht über mehr, als du hast. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen runter. Und verspielen wir nicht unseren letzten Thaler. Machen wir nur mal mit einem Dollar. Nochmal. 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 Wir haben aber auch ein Glück. Wir haben Glück, 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 wir haben kein Glück, wir haben Glück, wir haben immer noch, sag mal, wir haben gar kein Glück. Unser letzter Dollar, oh nein. Okay. Also, ich würde eins sagen, da das nicht so spannend ist, mir jetzt hier stundenlang zuzugucken, ich auch nur noch einen Dollar habe und ich mit diesem einen bestimmt verlieren werde, werden wir jetzt mal zu dem Punkt gleich springen, wo es lustig wird, also wo wir dann alles haben. Also, wir sehen uns dann gleich und gleich geht's weiter. Tschüss, bis gleich. So, wie wir sehen, also wie ihr seht, ich habe alles gewonnen, ich habe fleißig gespielt. Wir haben 250 Dollar und wir sind ganz, ganz toll. So, dann gehen wir mal hier raus und vielleicht können wir jetzt nochmal gucken, ob wir vielleicht hinten in das Kabarett gehen können. Ich würde das nämlich echt ganz gerne sehen. Ähm, irgendwie fände ich das schade, wenn wir das nicht machen. Aber was soll das bringen, da hinten ein Zimmer hinzumachen und wir können das nicht benutzen? Ich meine, das sind alle Sitze reserviert, aber irgendwie ist das doch doof, oder? Was? Ach, vielleicht sind die einzelnen Stühle damit markiert. Ich verstehe das nicht. Oh. Irgendjemand ein Furzkissen auf das Ding platziert. Naja, äh, wenigstens war das ein schöner, ein schönes Hinsetzen. Fantastisch. Das ist das langweiligste Kabarett, was ich jemals gesehen habe. Können wir nochmal klatschen? Ja, okay, das ist es halt schon. Super, dieses ganze Kabarett ist jetzt nur dafür da, dass wir uns... Nein, ist ja auch egal. Ich will mich ja nicht beschweren, es ist ja doch auch irgendwie ein schönes Kabarett, oder? So. Wieso habe ich diese Melodie gerade im Kopf? Ist auch egal. Achso, Blackjack könnten wir auch noch spielen können, ist aber, glaube ich, ein bisschen schwieriger, deshalb habe ich es einfach gelassen. Das heißt nicht schwieriger, sondern, ähm, das Dingsbums da ist einfach einfacher. So, und jetzt, wir haben jetzt ein Kart für die Disco, ähm, Karten, Dingsbums da für die Disco. Außerdem will ich nochmal telefonieren, ganz kurz. Äh, Taxi rufen wir uns erstmal so. Hallo, Taxi! Der Hund. Ich habe nicht das Taxi, ich habe den Hund nicht gerufen. Ich habe das... Ha, dieser Hund! Ähm, so. Gehen wir rein. Los geht's mit dem Taxi. Wir fahren wieder zum Shopping, zur Shopping-Meile. Zur Shop... Jetzt, zur Shopping... Ja, verdammt nochmal, mein Atem ist nicht gut. Was hat der denn eigentlich für Probleme? Also, ich meine, der Typ riecht und stinkt anscheinend. Das ist ja, das ist ja, das ist ja fürchterlich. Huiuiuiuiuiuiui. So. Okay. Okay, 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 16 Dollar. Ach nee, das ist ja, ja, okay, jetzt, wir bezahlen den, wir bayen ihn und gehen direkt wieder raus. so, du, du, du. Cool. So, und jetzt benutzen wir das Telefon nochmal. Oh, es ringt. Äh. Hallo? Äh, du nimmst das Telefon und hörst die Stimme einer Frau. Hallo Larry, das ist Lulu. Was ist das für ein Blödsinn? Die sagt jetzt einfach nur genau die Dinge, die wir eben gerade reingesprochen haben. Äh. nicht mehr, die erzählen jetzt alle die ganzen Sachen. Äh. Das, was wir eben gerade alles gesagt haben. Wir sollen einen Lollipop mitbringen und mit ihren Beinen spielen. Und man hat dich doch nur versautere Sachen geschrieben. Aber er kriegt es natürlich überhaupt nicht mit, der Larry, ja. Der kriegt das gar nicht mit, dass das einfach nur derselbe Anruf war. Okay, dann rufen wir doch nochmal eine andere Nummer an. Fragt mich nicht, woher ich die habe. Ich, mir ist sie eben gerade eingefallen. Ganz, ganz, ganz spontan. So, dann rufen wir die Nummer an. Warte mal, wie war die nochmal? Äh, warte mal, warte mal. Ach, genau. Ne, ne, 209, 683, äh, warte mal, warte mal, warte mal, 685, 8. Ich glaube, das war die richtige. So. Hm. Oh. Hallo. Sierra Online. Ha, super. Und die würden, also die, äh, momentan ist leider niemand zu sprechen bei Sierra. Aber sie würden mir ein Larry Hint-Buch, äh, ähm, Lösungsbuch verkaufen. Oh, das, das würde mich aber wirklich interessieren, weil da steht, dass in diesem Buch ist, äh, bestimmte sind, ähm, die Antworten, dass die unsichtbar sind und man die mit einem Stift markieren kann, dass sie, ähm, was war das gerade? Huch. Ähm, dass man sie mit einem Stift markieren kann und, ähm, äh, sie sich dann auf magische Art und Weise, äh, zeigen. Äh. 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 Diese Werbung und, äh, diese, äh, jetzt fehlt mir natürlich das Wort, ist ja ganz, ganz klar. Also diese Werbung macht dich ja richtig scharf. Du machst eine Notiz, also im Gehirn eine Notiz, dass du dir dieses tolle Buch unbedingt kaufen musst. Wow, was für ein Buch. Ich brauch das auch übrigens, ne. Ich muss das kaufen. Moment, ich brauch mein Telefon. Ich muss diese Nummer jetzt auch nochmal wählen. Ich, 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 ich glaub, ich muss es kaufen. Pff. So. Weiter geht's. So, äh, bap, 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 bap. Aha, da ist die Disco und jetzt gehen wir in die Disco rein, jetzt gehen wir in die Disco rein, jetzt gehen wir in die Disco rein. Halt, nein. Ah, Mist. Wie, der Typ einfach, ich geh halt zu ihm hin und er hält mir halt direkt einfach seine Arme, und sein, ui, oh, alter Schwede, oh, richtig, verdammt. Ich mein, das ist, oh, gehst halt direkt hin und der Typ hält dir erstmal seinen Arm hin. Ja, das ist so nett bei diesen Disco-Typen. Ich würde sagen, wir gehen im nächsten Teil in die Disco rein. Was haltet ihr davon? Ich glaub nicht viel, aber ich, wir werden es trotzdem machen. Also bis zum nächsten Teil. Achso, abonnieren nicht vergessen. Ganz, 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 ganz wichtig. Sonst kommt dieser Typ zu euch und dieser Hund, der mich langsam in den Wahnsinns treibt und mir jetzt schon wieder ans Bein pinkelt und wird euch ans Bein pinkeln, äh, ja, nee, und verprügelt der Typ auch. Er wird euch seine, seine Arm, seine Armhaare, seine Achselhaare an die Nase reiben und dann wisst ihr was Schlimmes. Also sofort abonnieren. In diesem Sinn, tschüss und tschau. Achtung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020